ich mache hier gerade die 8 arena wohl das überhaupt hinkriege gerade sagen fuchte alles aktiviert aber trifft nicht gott sei dank habe ich meine machen erst mal schaufler beigebracht noch mal heilen das immer wichtig ja sind zwar schon geheilt aber ich habe sonderbomben gerade auf welchem level sind die so jetzt sag mal 50 50 also kann gar mal 50 level 50 50 52 50 und lektroball ein kris locker in das schaffe ich weiß ja man ja selbst überzeugt ist immer schöner 50 ist halt immer schöner normal trainiere ich alle auf 50 und gibt den jeden dann noch ein sonderbomben aber jetzt habe ich bei elektroball um habe ich auf 48 trainiert und jetzt jetzt nach oben und kagama und dann letzten zwei lehre ah christian bei rio machen wir ein bisschen mehr sorgen ja obwohl das ist nicht schwierig ich wollte gerade sagen es ist nicht schwer hier hat kriegt weil die pokémon überhaupt keine haben nur die attacken dieser wirklich lernen ja hat man ja bei arkani gesehen weil beim rivalen arkani hatte glut drauf hat kein glut und silberblick toll man pfeift nicht ins mikro das gefällt den zuschauern ich habe auch gerade nichts gehört von mir ich bin nervös ich lauf schon irgendwo hin und her das war jetzt so wichtig das geht von der donner eigentlich jetzt gehts hier los epic fight gegen lorelei brillen nerd tussi solarstrahl aurora strahl oh hilfte von kp weg und nicht mal ein one hit nicht mal ein one hit aber wenigstens macht das viel erholung oh lamus ja jetzt war es ein one hit oh rosana das ist noch tricky wie einfach alle meine pokémon neiiiiiiiin empfindlich sind das ist so uncool das ist scheiße hast du recht ich arbeite jetzt noch mal ein bisschen mit oh die hat schnapper gemacht das ging daneben und jetzt hat er toxin auf dem leib schick ging aus das ja toppe leber toppe leber oh maschok gegen seinen kleinen bruder ich habe keine chance oh jetzt raus wurde besucht das ist bitter leck drüber jetzt holt er die schweren geschütze raus da na geht daneben oh blizzard ups dann wollte ich nicht ah ich hab wieder daneben alter wie der raged ja ich sterb hier gerade ich werd schon von austaus auseinander gerissen alter nicht dein ernst boah scheibchenweise stüpfel 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 das war traurig da reißt mein ganzes team auseinander okay austaus ist tot tim erhält spezielle kp erreich den toxer auch alter namus macht nur aqua knarri jetzt hab ich ne chance mega sauger lamus liegt tim erhält spezielle kp erreicht level 51 rasana onyx toxin oh scheiße icy nein vierfach schlecht bye bye ich hab noch drei pokémon das ist schlecht blug und pflanze alter die bringt dich um blug und stein und pflanze ey üb ne ich mach keine schnitte in den bladen die bringt dich um komfu strahl komfu strahl überlebt golbert überlebt mir keine chance ich bin jetzt bei bruno nice ja schön für dich dass du bei bruno bist nice tim ist gefroren geil mach top genesung ja bruder tim ist gefroren ja heiligendorf geil geil was der fängt mit dicktrie an onyx wurde besiegt noxchan ähm doch lass dich drin ich hab ziel doch ich wurde besiegt ich bin in ohmacht gefallen fickt euch was echt probleme mit der top 4 kann das ja natürlich lol ist das lustig ist er jetzt weg ach so ich wollte gerade sagen ich hab nur so einen klick gehört ich dachte oh jetzt ist er weg so nice ich hole mir gerade Giovanni einfach in den Arsch fickt wer hat dich denn wer hat dich denn kaputt gemacht lapras er hört mich nicht mehr erst im rage mode da muss ich mit dir reden palki wie sieht es aus ja smith wusste ich über nee sie ist nicht so stark oh er macht delegat oh nein oh das ist eklig agathe skengar oder ja hat sich selbst verletzt delegat auch schon wieder psychogenese delegat aber das ist pixi oh goldbart wird und mit den kampenrufen und bekommt psychogenese oh mein pixi ist tot und goldbart wurde von smith woversicht was sagst du erstmal garra das rein jetzt macht smith und ach sorry boah warum kann nido king den donna ouch nido king von giovanni oh ist vergiftet ne gar nicht paradisiert und verwirrt nein er ruft zurück ich greif mich selber an wie schön du das alles sagst oh übrigens habe ich rizzeros gerade gewonhitted mit einem eistrahl jetzt kommt umo zielstrahl auf abak besicht jetzt alpollo zielstrahl auf alpollo und besicht vollkraftbar leute wenn ihr fragt warum rede ich so wenig ich möchte gerne hören was pikey passiert auf level 60 ähm schlaf bruder gespannt NEIN psychogenese psychogenese heeeey sehr gut das war atemberaubend gerade ich bin richtig mitgegangen ja ich bin jetzt auch voll dabei ja du hast jetzt auch noch das höschen und er ist immer noch am rage jetzt komm wir sind in der zweiten Runde ihr Fotzenköpfe hast du schon wieder verloren nein aber ich bin jetzt bei labras ok ich mache jetzt mit meinem lieblings pokémon das ich im team habe siegfried fertig obwohl warte mal er hat gerados ne ja dann doch nicht was hast du vorne den toxa ach so ja ich mache toxin boah egelsaar du fieses oberi und wechsel auf kangama hyperstrahl hat er überlebt magneton na erstmal hier NEIN was war das denn was war das denn für ein schrei genau doch alter schrie tentoxa gegen glagonir ich mache ein foto ich mache ein foto eistrahl ja mach bitte ein foto und das schickt man in die gruppe das will ich sehen ey kranke scheiße auf youtube kann man es jetzt sehen aber NEIN es ist nicht in ordnung es ist so nicht in ordnung das macht man nicht was das macht man nicht siehst du gleich ich lad es eben hoch ey nein ich werde nichts dazu sagen ihr seht es es ist so ein schlag in die klö mit anglau haaa tentoxa will gerade aeros aktive fertig machen aber er hat noch ein bisschen kap ich muss laden aufladen was soll ich da dumm sein safestate la oh da ist was angekommen ich muss mir irgendwas zwischendurch angucken Leute was hat der denn da gepostet kann man das denn da gepostet ist oh nein Leute wie geil so Leute ganz im ernst ich bin raus ich kippe noch einen Herzinfarkt wenn ich so weiterspiele ich schaffe die top 4 mit dem jetzigen standard meines teams nicht das ist nicht mal lobelei das ist nicht der finale part ich werde jetzt in nächster zeit nochmal einen bonus part rausnehmen wo ich die top 4 versuchen werde mit diesem worst team of all time zu schlagen es ist wirklich einfach nur grottig Ryo Ryo warte eben bevor du bevor du die Aufnahme beendest warte eben guck dir um dich nochmal eben wieder aufzumuntern mach mal gleich google und guck dir und gib ein Stephen Hawking Lego ich kenne das dann fühlst dich wieder besser ich kenne das das hat mich jetzt so da dran erinnert das ist doch geil wie der so hat dich das daran erinnert weiß ich nicht aber wie der da wie der da guckt das finde ich sogar hallo hallo ja bitte ich bin jetzt hier grad in den du bist Stephen Hawking ich bin jetzt gegen gelb ach äh gegen blau ich verabschiede mich dann vor dieser Stille viel spaß euch noch mit dem epischen battle mit pikey bei dem ich ja auch noch dabei bin aber für mich im mindpark war es das jetzt ich hab keinen bock mehr ich hab keinen bock auf den herzenpacken ich hab keinen bock auf den hirn einer gesmacht ich verabschiede mich auf wieder schauen und reingehauen ja bei mir gehts aber weiter ja bei mir auch ich bin auch noch da gut was haben wir denn da wir können noch mal Stärke damals zu nix wie wow Smeppo ich find das gut oder besiegt von Smeppo Mephorreicher bedrankt 50 Kukowal ah herrlich was los pikey er hat egelsamen gemacht er hat dich besamt das ist eklig das mach ich ähm homos blutsauber nein achja super heiler der hab ich eingestellt heute pikey in pokemon gelb was ist ähm wenn du in die siegestrasse reingehst was ist da das sonderbonbon oben oder links 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 ist das sonderbonbon gut oh himmelsfeger könnte ich mir für Arctus holen oooohh Texox war der über 52 da hole ich mir lieber himmelsfeger himmelsfeger erdbeben Arctus er lernt himmelsfeger wow und ich hab jetzt nur noch magneton und aquana vor mir nice das schreit nach dem nächsten champion er hat gerade mit eingeschlag magneton und voluna bissen boah zwei schreit ok letzter kam gegen aquana wer macht das ich hoffe du verreckst ich hoffe du verreckst bau scheiße schlacht bruder stirb mach ihn fertig im Meer tot 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 zieht nicht ganz so viele ab ach ne den champion verlierst du nicht wer gegen den verliert der muss man sagen du kriegst doch so weg Aquana schläft und smepo macht und ausstrahlen und Aquana wurde besiegt jawoll nice glückwunsch das ist nicht fair das ist nicht fair sagt er dann haben wir zwei drittel sagt er zu mir sag er zu mir ja ja sü humba humba tete 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 humba 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 tete 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 schlecht war das nur Glück tete 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 hat sie überhaupt einmal eingesetzt das sieht schon ganz gut aus hol dir bei meinen Gehilfen die V-A-Blitz ab huu mit mir Kinder ich bedanke mich fürs zusehen bei und bei meinen drei kollegen zwei wohl eher oder meinst du dich selber auch noch mit drei gesagt er selber auch so einer ja wir müssen das in der anderen generation noch mal wiederholen auf jeden fall auch ein bisschen heftiger ja war jetzt nicht worst team muss ich sagen aber leute ich beende hier auch den paar der lehrarbeit nur dazwischen und wenn sie möchten sehen wir uns beim nächsten mal wenn sie möchten alter was bist du so verkackt höflich bei mir auch leute ich werde diesen party beenden ich hoffe er hat euch gefallen mit den beiden dazu und beste